Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Mehr als Energie für Sie. Das Hochdruckgebiet Konstantin und das Tiefdruckgebiet Edeltrott sorgten in den vergangenen Tagen doch für relativ graues und kaltes Novemberwetter. Durchaus normal für Ende November. Aber es wird am Wochenende ein bisschen anders. Statt grau und kalt, wird es kalt und grau. Also morgen auch wieder viele Wolken. Nur ganz, ganz, ganz geringe Wahrscheinlichkeit, dass mal ein paar Sonnenstrahlen durchkommen. Dazu Temperaturen im Bereich 1 bis maximal 3 Grad in der Nacht. Und am Abend, da müssen wir dann doch mit dichteren Wolken rechnen. Und dann kommen dann auch mal ein paar Regentropfen, die dann schon mit Schnee durchmischt sind. Vielleicht ist da auch mal eine kurze Schneephase bei. Bei Temperaturen um 0 Grad in der Nacht zum Sonntag müssen wir damit rechnen, dass es doch hier und da mal ein bisschen rutschig werden wird. Also wer in der Nacht unterwegs ist, ein bisschen vorsichtig sein. Der Sonntag beginnt dann mit vielen Wolken. Ein bisschen Regen, ein bisschen Nieselregen. Dazu dichte Wolken. Erst im Tagesverlauf lockern die Wolken vielleicht so ein klein bisschen auf. Aber das ist so unwahrscheinlich, dass ich das Wort Sonne kaum in den Mund nehmen möchte. Temperaturen ein klein bisschen höher, so 2 bis maximal 5 Grad. Und am Montag, da dann auch noch ein bisschen die Chance auf Sonne ist da, aber ist doch eher gering. Meistens werden es viele Wolken sein. Dazu Temperaturen im bisschen höheren Bereich, so 5 bis 6 Grad sind durchaus möglich. Und die weiteren Aussichten Dienstag und Mittwoch, dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Sonne. Vielleicht kann es denn auch mal sein, dass da mal ein paar längere sonnige Abschnitte bei sind. Temperaturen werden dann auch bleiben im Bereich so 2 bis 4 Grad. In den Nächten ist weiterhin mit Frost zu rechnen. Also da sollte man ein bisschen aufpassen. Bis zum nächsten Wochenende. Ihr Thomas Daniels. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Service rund um die Uhr, für Sie vor Ort erreichbar. Service rund um die Uhr, für Sie vor Ort erreichbar.